Hallo YouTube und herzlich willkommen zu A's, kommen wir mit Elko und Timo. Ja moin. Moin Team. Standard. Press X, du bist so... Oh my God, sieht man flieger geil aus. Geil. Bomber kommen wieder, weißt du doch. Ähm, FAS-Tilt-Squad hast du gesagt, ne? Okay, also ich hab jetzt extra RKTL, also extra, ähm, Spezialraketen, oder? Nein, RKTWL ist ein Raketenwerfer. Oh, na, dann trinkt das gar nicht so, oder was? Hm. Hä? Was ist ein Raketenwerfer, bitte? Ach, bei den Apaches? Ja. Ah. Ah. Das sind nur meine Raketen. Alter, sehen die Raketen geil aus. Ich hab nämlich schwarze Raketen. Schwarze Raketen sehen richtig geil aus. Ich hab noch eine Rakete. Ich hab noch eine Rakete. Ja. Ja. Zwei auf einmal. Oder wer war das? Ja, wo sind die Raketen? Ich bin da rum. Ja, ja, warte, ich hab, da ist eine. Und, hab sie. Wären da gerade so eine geile Rolle gemacht. Lass mich da erst mal das eine töten hier. Fängt das schon wieder an. Machst du das? Oh, nee, nicht. Ach, du misst ja wegges Alter. Roger. Knapp. Warte, die fliegen auf mich zu, ist böse. Einer geht auf die Bomber los und zwei gehen auf die Flieger los. Ja, ich gehe auf Flieger. Geh auch auf, ach so, sollen wir auf Bomben gehen? Bomber. Warte, ich gehe auf die Bomber, wo ist die? So. Und pum. Oh, mich, ich wurde getroffen. Ah, ich bin gleich tot. Das ist der Name. Der will aber auch nicht verrecken, ne? Hab den einen. Oh, er ist leer. Ja, bei mir ist er auch kaputt. Gut. Geht der auf die Bomber los. Was war's jetzt? Ich gehe kaputt. Wo sind denn die Bomber? Bomber, eine geht jetzt auf die Bomber los. Die sind jetzt. Oh. Ich hab kritischer Schaden, weil ich gegen ihn geflogen bin. Geil. Beinahe mit Namen. Ah. Wie treffen die Raketen? Ne. Oh, f*** dich. Wie stark gegen das Ding. Oh, ich gehe jetzt dahin. Pam. Vier Raketen auf ihn. Und pam. Wieder zwei. Komm, da muss er jetzt drauf gehen, ey. Das liegt die ganze Zeit noch gerade aus. Jetzt. Nächster Weg. Den letzten Bomber lässt ja mal in Ruhe. Den letzten Fliegen machen wir jetzt noch kalt auf. Du scheiße. Komm. Oh, der ist doch noch. Oh, sie kümmere mich gerade um die Ding, um den einen Flieger, ne. Die Ewa war einfach durch mich durchfliegt. Ja, nice. Jetzt haben wir doch alle getötet. Ja, ich war, ich habe die letzten Autos getötet. Ja, es tut mir leid. Wattdorf, f***. Der ist hinter mich geflogen. What do you mean, guys? The Russian Moms have been flying in six-pack, the whole war. Do you think they stop now? Sind six-packs. Ja, ist immer so. Die Russen machen so. Six-packs. Ich habe auch immer so ein six-pack Bier bei mir zu Hause. Mach mal die, weiter. Verstören. Ja, ich fliege dem Ding schon die ganze Zeit hinterher. Ja, bei mir fliegt auch gerade einer hinterher. Ich krieg den nicht. Ah, jetzt komm. Ah, hä. Lol, weg. Da drüben. Nice. Der Bomberkir hat die Soffen rum, weißt du doch, Timo. Nein. Ja. Boah, nee. Hat schon wieder so eine Trinity-Bombe oder was? Nein, der, der Bomben doch gleich hoch geht, ja. Warwolf, Gutsch, we're on this guy. We get him before he firet. Ja. Papa, ma. So glücklich habe ich so ein geiles Flugzeug mit übelst viel Speed, äh, ich raste da einfach durch. Wer geht auf den S-7? Ja, und zwei. Einer geht auf den Bomber schon mal los. Ich gehe auf den Bomber, ich gehe auf den Bomber. Das ist doch, äh, das Ziel, oder? Oder was der Bomber? Der ist fette. Nee, das ist, ah, da unten. Ja. Da unten ist der Bomber. Bomber, mein Schatzi. Wie geht's denn dir heute? Nein, ich habe doch alle vier Raketen getroffen. Ja, das ist wirklich so ein Alk-Flieger, Yuma. Timo, lass mal auf den einen Flieger draufgehen, okay? Ja, chill. Ey, Yuma, du hast recht, das ist wirklich so ein Alk-Flieger. Bei mir auch, grad, das geht gar nicht klar. Na, aber ich habe den Bomber. Der ist schwerer. Bei mir ist das ein Alk-Flieger-Bomber. Alter, der Flares. Ja, bei mir auch. Ja, was soll ich denn machen, Alter? Ey, jetzt findet ihr immer Flares, ey. Ich kriege die Krise bei dir Arschloch, Alter. Komm, du Arschloch, Mann. Jetzt hört doch auf, diese hessischen Kreise zu fliegen, ey. Ich krieg doch so einen Anfall wegen dir. Ja, fast kaputt. Ich werde am Ende... Ja, bei uns. Komm, geh drauf, geh drauf, geh drauf. No, 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 what? Cardinal, hurry. Ja! Ja. Oh! Wohne... Wohne... Wohne Mäbe. Bomber ist ja. Oh. Oh. Alter. Alter. Ich bin gegen den Bomber geflogen, gegen den Boden, gegen so ein Haus, dann bin ich da abgeprallt und hab's überlebt. Ja, Standard, ne? Ey, Mann, es hat da Flares gezogen. Oh, ja, und ich weiß, ich kann auch mal eine RKTL, ey. Ey, was laber ich? Meine Extralaketen. Zerstört. Oh, da ist er. Mal, Karow, Ilsch. Oh, nee. Von Ilsch, von COD. Ist der eine? Ja. Laber nicht. Alter, der fliegt ja wirklich wie... Alter, fliegt ja wie ein noch größerer RKTL. Also, pass auf, der wird schlimmer, der wird schlimmer. Wirklich? Ja, Mann, das geht gar nicht. Und der Ende der Kampagne-Mission. Vor kurzem hab ich einfach so Raketen verschossen. Der schießt Raketen nach hinten, weißt du das? Ach so. No problem, Sebastian. Ja, ich schock an seinem Arsch. Bist er. Da. Die Leute, hab ich ihn verloren. Der dreht sich nicht. Oh. Was, wir haben einen Fett schießt geil. Alter, der schießt wirklich nach hinten. Auf, der dreht sich auch irgendwann mal. Ich häng ihn am Arsch. Ey, Sebastian, kannst du nicht irgendwie dein Bot diesmal anmachen? Mit zwei Computer. Diese Computer kannst du vergessen. Ja, das sind recht. Das kann man machen, wenn er auf dich schießt. Ja, das ist kein einer von uns drauf gegangen. Was ist das? Betroffen. Boah, du hast einen getroffen, Sebastian. Wie viel Schluck da zehn oder so, ne? Ja, schade. Ey, ich bleib jetzt mal weit weg von denen, das ist viel einfacher, den so zu erwischen Kannst du vergessen Ja, weil nein, wenn ich an dem so im Arsch hock, fliegt der so schnell wie so ein Alki, dann treff ich den gar nicht Ey, gibt die das? Ey, warum? An wem hängt der? Nein Ah, Karos, Alter Spastien, da war schon so ein Spastien-COD Das ist aber viel schlimm, da sind zwei von denen Weiß man, ah, okay Also er hat sich geklont Ja, er hat sich geklont Verreckt doch einfach Komm, nein Alter, der fliegt wirklich wie so ein Asi Richtig schlimm Das ist noch nicht vorbei Ja echt Hab ihn Bandit ist down, Bandit ist down, the shark is down So wegen mir, Iowa Ja, ich hab auch Druck gewonnen Ey, was ist eigentlich, was für eine fette schwarze Wolke da? Das ist die Trinity-Bombe Bandit destroyed Äh, ich dachte, die haben wir gestoppt Nein, das ist abspannend gewesen Die Brombe ist auch trotzdem raufgeknallt Vielleicht ist das eine woanders Ausweis-Exklusiv Wenn sie die Kampagnen durchspielt, dann weißt du das Ich hab ohne Flares gekämpft bei denen Ich hab ohne Flares gekämpft bei denen Ich hab ohne Flares gekämpft bei denen Warwolf 1, wir haben eine Klappe Wir haben eine Klappe. Sie sind sicher, um nach Hause zu zurück Juhu Yeay Beachtung Baaah, Spoiler Der spoilert uns Wer? Wer spoilert uns? Der Typ? Ich hab gesagt, ist es jetzt verbreitet, reicht schon genug Ich hab gesagt, ist es jetzt verbreitet, reicht schon genug Wollern